Verlässt den Platz. Da war kein Auswechselspieler da. Da war kein Auswechselspieler da. Da war nichts zum Auswechselspieler. Da war nichts zum Auswechselspieler. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Aber den, wenn er nicht runter holt. Eieieiei. Scheiß. Dafür zahlt das gleich wieder im Abschlag ein. Das landet er nie mehr, glaube ich. Schön. Kommt, einfach querspielen. Ja! Ja! Ja!